Heftig. Männer werden durch Frauen impotent gemacht. Ich weiß, das ist eine gewagte und vielleicht sogar sehr polarisierende These. Lasst uns doch mal in diesem Video verstehen, was dahinter steckt und tiefer in diese Materie einsteigen. Bleibe dran, das wird mega, mega spannend. Die Parsexualität, die lebt natürlich von einer Dynamik zwischen Mann und Frau. Und hier in dieser Dynamik kann es natürlich zu erheblichen und oftmals unbewussten Störungen kommen, die erstmal verborgen bleiben, wenn man sich nicht darum kümmert. Diese Störungen, die können dann so kräftig wirken, dass sie sogar die Sexualfunktionen des Körpers behindern können. Vorab möchte ich nochmal als Sexualtherapeut, Sexualcoach ganz klar betonen, dass es hierbei nicht um Schuldzuweisungen geht. Wenn die Sexualreaktion in der Parsexualität nicht funktioniert, dann muss so exakt und genau wie möglich herausgearbeitet werden, durch welche Einflüsse es zu Problemen und Störungen kommt. Und hier kommen natürlich beide rein. Der Mann und die Frau. Also es ist hier keine Schuldzuweisung. Das einmal ganz klar vorab. Dabei geht es nicht darum, was passiert ist, sondern darum, welche Spuren es in dem Mann hinterlassen hat. Zum Beispiel können emotionale Verletzungen erstmal nicht sichtbar sein, aber trotzdem ihre Spuren in der Seele, in der Psyche hinterlassen. Sie schmerzen immer wieder aufs Neue. Sobald der Finger in die Wunde wieder reingehalten wird, kann das auch nach langer Zeit wieder geschehen, dass sich erst dann die Probleme einstellen. Was können denn so emotionale Verletzungen zum Beispiel sein? Das können Abwertungen sein, Kränkungen, Beleidigungen, Entwürdigungen, Mobbing oder Verluste, Trennungen, Hintergehen, Fremdgehen mit dem besten Freund, die Freundin im Bett erwischen. Ja, das sind natürlich große emotionale Verletzungen, die dort entstanden sein können und darum müssen wir uns kümmern. Denn was uns auf dem falschen Fuß erwischt, plötzlich, von jetzt auf gleich, das hinterlässt diese Wunden. Ja, die meisten Männer leihen dabei erstmal still. Wenn der kleine Willi da unten nicht will und dann kommt er nicht hoch und die Frau lacht mich aus und ich versinke vor Scham im Boden, dann schaffen es die meisten nicht, die eigene Scham zu überwinden und auch sich jemandem anzuvertrauen und mit jemandem darüber zu sprechen. Und diese Isolation, dieses bei sich behalten, lässt das Problem erst stärker werden. Ja, denn das ist nichts, womit man in die Kneipe geht und mit dem besten Kumpel nebenan am Tisch ein bisschen rumklönt. Das machen wir einfach nicht, weil diese Probleme so weit in die Männlichkeit hineinreichen, dass wir da eben alles Mögliche tun, um eben darüber zu sprechen. Denn so wurde uns ja das letztendlich auch beigebracht durch die Beziehung. Ja, trotzdem, wenn die Probleme weiterhin bestehen, dann werden sie früher oder später zu ernsthaften körperlichen Folgen führen. Wie zum Beispiel Erektionsstörungen, der vorzeitige Samenerguss, die absolute Lustlosigkeit oder die Orgasmusstörung bei Männern. Emotionale Verletzungen sind nicht nur psychisch belastend, sondern sie haben eben auch diese körperlichen Auswirkungen. Dein Gehirn hat eine Beziehung zu deinem Körper, das dürfen wir nie wegtrennen, um diese Beziehung wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Darum soll es jetzt hier weitergehen. Ja, denn du musst diese Belastungen frühzeitig erkennen. Dafür habe ich hier eine kurze Liste mit Zitaten von Männern aus meiner Praxis hier, die das ein bisschen veranschaulichen sollen. Diese Männer haben unter den unterschiedlichsten sexuellen Funktionsschwörungen gelitten und sie sagten sehr häufig eine dieser Sachen. Als sie das sagte, da lief mir ein kalter Schauer über den Rücken. Die Gänsehaut stellte sich aus, mir wurde ganz kalt und das Blut gefrore mir in den Venen. Es ist entsetzlich, demütigend. Wenn ich nicht funktioniere, dann lacht sie mich aus und ich höre das Gelächter noch im Kopf. Gefühle sind nichts für Männer. Männer dürfen keine Gefühle haben. Männer dürfen keine Gefühle zeigen, denn dann sind wir keine Männer. Ich muss alles kontrollieren von hier bis zur Erektion, bis zum Orgasmus. Ich muss alles kontrollieren, denn sonst bin ich kein wahrer Mann. Ich schäme mich darüber zu sprechen. Über sowas spricht man nicht. Das hat schon mein Vater oder meine Mutter gesagt. Zitat Ende. Es ist wichtig zu verstehen, dass Frauen oft unbewusst oder sogar natürlich auch ganz bewusst verletzen wollen und Handlungen setzen, die Männer eben wehtun, in der Seele wehtun. Das kann aus Rachsüchtigkeit entstehen, aus einem schlechten Selbstwertgefühl der Frau oder auch aus unklaren Beziehungskonstellationen, in denen nicht ganz klar ist, wie die Beziehung zueinander überhaupt ist. Natürlich auch noch viele, viele andere Dinge. Aber ich will dir eine Sache ans Herz legen, denn es gibt Hoffnung. Es gibt Wege, diese Verletzungen zu heilen. In meiner Praxis unterstütze ich Männer dabei, ihre sexuelle Gesundheit wirklich wieder zurückzugewinnen. Von professioneller Therapie bis hin zu Selbstcoaching-Maßnahmen gibt es verschiedene und ganz unterschiedliche und individuelle Wege. Für jeden ist es wieder immer ein wenig anders. Diese Wege musst du erkunden und dann für dich herausfinden, was am besten funktioniert. Die Heilung beginnt oft mit einem Verständnis. Ich hoffe, dass ich dir ein wenig dieses Verständnis in diesem Video veranschaulichen konnte. Wenn du das Gefühl hast, dass du Unterstützung brauchst, dann stehe ich dir natürlich gerne zur Verfügung. Es ist einer der ersten Schritte, zu einem erfüllten, freudigen Sexualleben wieder zurückzukehren. Für ein anonymes Beratungsgespräch oder um über mehr Möglichkeiten mit mir oder uns zu sprechen, die Unterstützung zu forcieren, um mehr darüber zu erfahren, schaue in die Videobeschreibung unterhalb des Videos. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren oder dir ein anonymes Beratungsgespräch zu buchen. Wertvolle und regelmäßige Tipps erhältst du auf diesem Kanal über die Sexualgesundheit des Mannes. Bleibe dran, wir freuen uns auf dich. Es gibt einen Weg zurück in die erfüllte Sexualität. Du musst sie nur gehen. Beginne jetzt. Bis dann. Dein Nils. Ciao, ciao.